Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Ich bin dankbar dafür, dass der Glaube reicht, dass er doch immer wieder dazu reicht, aus Talsohlen herauszukommen, aus der Nacht in den Tag hinein zu finden, die Glaubensfreude wieder zu entdecken, die doch manchmal verloren geht. Jesus selbst sagt einmal, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Er lädt uns dazu ein, auf den Glauben zu vertrauen. Wir brauchen den Herrn nicht dauernd zu bestürmen und zu beknien im Gebet. Allein es reicht der Glaube. Denn wenn wir wirklich glauben und dem Glauben den Weg unseres Lebens gehen, dann haben wir ein Fundament, auf das wir uns verlassen können. Denn Gott selbst ist dieses Fundament und er weiß, was wir brauchen, noch ehe ihr ihn bitten. Diese Kraft ist es, die immer wieder den Weg in die richtige Richtung zeigt. Heraus aus der Dunkelheit und aus der Nacht, die uns manchmal umgeben mag, in die Freude eines Tages hinein, der von Gott umfangen ist. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wir danken dir, dass du uns den Glauben geschenkt hast. Dieser Glaube reicht. Er genügt, unser Leben hell und reich zu machen und immer wieder den richtigen Weg zu finden. Wenn wir wirklich glauben, weißt du auch um unsere Bitten, um das, was uns in unserem Herzen bewegt. Gib uns die Kraft, auf diesem Glauben unser Leben aufzubauen und festzustehen auf dem Fundament dessen, was du uns in unserem Leben als Fundament geben wirst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Abonniert Untertitelung des ZDF, 2020